Also du auch weißt, da hat einfach der 93er Hazard in Rot. Hey, jetzt haben wir 10 Uhr. 4, 2, 3, 1. Das ist der Ronaldo Info. Und das Bundesliga-Team hat schwer gespielt. António Rüdiger plays alongside David Luiz in the heart of the defence. And they've gone with two up front today. This is how the visitors shape up. Hugo Loris starts in goal. Virgil van Dijk plays with Rafael Varane in central defence. Asiano Ronaldo plays with Eden Hazard on the flanks. And we think she checks it. So we'll restart with the throw it. Lala. We're looking for energy in midfield, which I think the manager is. Fertig. Baby, das bist schon nicht gewöhnend. Das ist er, doch. Ich hab mal ein bisschen, was ich Today war, was das. Ich hab's. cool bis jetzt das muslimen so oft shop mislimen ist nur also option Ich bin hier. Kultus es ist das Kultus das Kultus die Begründung ist er auch typisch an die in Begrotten macht sich die Zinsen und mit aber nur zu uns falschen Punkt auf die Bühne Spiele der Zahne zu verborgen für eine Vorstellung Welt zieht nur die Köln und auch die Wurzeln ex-zeit dass da auch mal ein Wort die Wurzeln belegt die Wünsche nicht mehr vermittelt Wieso wäre es in der Saar abgeschnitten? Besser als im Casino, Zeddy. Wird es vielleicht auch im Subway gearbeitet? Ich kann in 2 Stunden 100 Franken rufen. Ich habe so eine geile Dino gehabt. Das ist so eine geile Sühe. Einmal hat er einfach die Karte für die 2. noch nicht einmal aufdeckt. Nein, die 2. aufdeckt hat er gesagt 13. Und dann hat er noch eine gezogen. Und während sie am Ziel war, hat er schon gesagt 21. Aber sie ist noch nicht einmal aufdeckt. Und sie hat einfach 8 und hat wirklich 21. Aber er hat es 2-3 Mal gemacht. Und dann 1-2 Mal hat er es gekauft. Aber einer hat einfach gestorben. Und dann denkt er ok. Es ist so mühe, wenn er gegen die Leute spielt. Ich habe gar keine Chance. Ok, jetzt ist mir ein Leer. Ja. Der Drop ist hier, nicht der Benni. Gibt es eine Arena? Ja. Wenn er kein Black Ops. Was? Der hat kein Black Ops. Hat er überhaupt etwas? Der Bub. Battlefield 4. Und Battlefield 3. Battlefield 1. Uns 4. Uns 3. Geez. Was machst du? Was machst du? Du hast dein Volkین. Siehst du? Das ist wirklich so mühlich. Das ist eigentlich weit zu Attend. Ich denke, es wurde nicht gerade genugişt. Schuss die Ball aus der Anleitung. Murdo. Was kompliziert? Ich schweine die Frage. Das ist wirklich die Chance für den Ball. Ja. Die König der Situation. Die Strasseine. Ich auch. Ich auch. Die Biber ist wohl der einzige, der es nicht geschafft hat. Ja, das hätte ich gar nicht ironisch gemeint. Nein, ich hatte Fahrstunde. Dann bin ich zu der Noemi. Dann bin ich nach Hause. Dann bin ich 30 Minuten gegangen. Wenn du zu der Noemi bist und dann bist du heim. Was ist dort gegangen? Dann haben wir zusammen zu Mittag gegessen. Ich habe geredet. Okay. Ja, Vögel hatte es auch draussen. Alter Mann. Jetzt habe ich schon so einen riesen Nachteil. Und jedes Mal, wenn ich eine Chance habe, dann verstolpert man sich den Ball. Was spielst du mit welchem Team? Mit dem Kolumbianen-Team. Haben wir da ein gutes? Der Quadrado ist nicht reingefetzt, oder? Nein. Murieri. Ja, aber ich habe keinen linken Flügel. Was will ich mit dem linken Flügel machen? Und wer hast du mit dem linken Flügel? Keiner. Ich habe keinen Flügel. Okay. Hast du die Mühe? Nein. Guarin, Zapata und... ...Jackson. Da, werden wir zusammen. Ja. Da geht's. Die haben wir. Der wird noch einancen Flügel. Der wird wieder in Gott. Der Worn gewählt. Das ist einfach günstiger als der 96er Hero Zweifel-Gärtschaft Zweifel-Gärtschaft Der Zapata ist so breit Ha 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 Zapata Carlos Sánchez Quick-witted Oh Oh dear Oh dear Matuidi Hell Wahrscheinlich Ja, ich kann brauchen oder? Verdammte wuresöhne Ich hab nur gut gesetzt, das ist gar nicht gut. Ich hab nur gut gesetzt, das ist gar nicht gut. Ist es nicht im Subway, Gass? Zapata, Martinez, das ist ja ein Riesensturm. Ja, ist schon ein Riesensturm, aber leider haben die 5x4 Verteidiger immer auf den Leuten. Oh wow, Martinez hat gerade eine Riesenkiste gemacht. 2-1. Das stimmt nicht, Rob, das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht. Ich habe auch keine FIFA-Matsche verloren. Oh nein, ich habe auch keine Eider verloren. Weibmeisterschaft auch nicht. Witzbult. Benjen hat auch keine FIFA-Matsche verloren. Nein! Du hast ja auch kein einziger FIFA-Matsche verloren. Nicht einer. Nein! Alter! Witzbult! Witzbult! Du hast fast 2-2-Geschosse in die Grille wechseln. Witzbult! Ja! Witzbult! Witzbult! Eine Quick-Seige-Gohle... ...komm ich doch mit der Rechsteilung um den Rechsteilbruch und aufs Aussbauch3kunde. Und schauen sich die Gole an wie erbarmlich man sein kann. Ehrlich. Ficke dich wirklich. Tanti-R cumin. dessen ja da oh aufgedrückt das nicht das 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 ist Antonio hier vorne die eine gute die abhundert das die die Gäste bis nach die 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 bis dahin jetzt war es und nicht der schloss auch und schafft mit dem Bild und mit dem Moment der checks-maß die ist voll Kultus ab und die Stuttgart muss mit den Köln die Köln wir hatten an beiden und schließlich schon geschützt worden auch es ist es gibt es auch nicht doch viel sehr impressive Sie müssen einbänden, was? Raffi muss schaffe machen. Das ist schaffe. Oh nein, ich bin pushed. Yes! 3-3! Freddy! Hm. Das war ein Schott. Krisma. Es war gut Progresse mit diesem Attack. Neatlich interceptiert. Nein, das ist noch nicht. Das ist. Zappata! Nein, mach es! Alter! Ich habe 4-3 gewonnen. Ich habe 4-3 gewonnen. Ja, ich komme wirklich. Alter! Jake's Martinez macht einen Hatschick. Ich bin jetzt noch verbänden. Torwart hat ihn nicht. Der Schöne hat ihn. Ich bin hier. Ach, ich bin jetzt noch verbindlich. Wer ist für dich? Was ist denn da? Der Schöne hat den Schöne hat. Wer hat einen Schöne hat ihn nicht. Der Schöne hat ihn nicht. Ach, ich bin jetzt bist. Ich bin wirklich glücklich mit ihm. Lala. Der Target ist Hazard. Und Cristiano Ronaldo scorent! Lala. 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 Lala.